Die zweite Lernreise geht zu Ende und es war für uns wieder eine Freude und ein Vergnügen Teilnehmer zu sein und gleichzeitig Schirmherr und es war ganz offen gesagt ganz anders als wir es alle erwartet haben. Corona hat uns einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Erst wurden viele Veranstaltungen verschoben und dann war ich selber überrascht, wie gut es lief. Wir haben neue digitale Formate, Videoaufnahmen, Interviews vor Ort. Man war virtuell fern, aber doch ganz nah vor Ort. Ich war überrascht und begeistert, wie gut es ging. Ich glaube, es war ein guter Austausch und wir haben alle viel gelernt dafür an dieser Stelle. Vielen Dank. Unsere Lernreise hatte ja überraschenderweise zwei Aspekte. Zum einen natürlich zu lernen, wie digitale Transformation umgesetzt werden kann und auf der anderen Seite haben wir gelernt, wie wir Lernreisen digitalisieren können mit dem Effekt, dass wir eine ganz neue Art der Wissensvermittlung und ganz neue Formate der Wissensvermittlung kennengelernt haben. Beides wird uns zukünftig helfen. Einerseits die Transformation noch etwas gezielter voranzutreiben, vielleicht auch mehr noch in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen und auf der anderen Seite unsere Mitarbeiter mitzunehmen mit ganz neuen Formaten der Wissensvermittlung, ganz neuen Formaten der digitalen Partizipation. Und von daher war aus meiner Perspektive diese Lernreise sehr, sehr zukunftsgerichtet und hat den Weg aufgezeigt, wie wir die Digitalisierung, die digitale Transformation als Marathon langfristig zum Erfolg führen können. Die zweite Lernreise geht zu Ende und vielleicht ein kurzes Resümee. Was spannend und eigentlich auch nicht überraschend war, die Themen, über die wir uns unterhalten haben, waren sehr stark die gleichen. Einbeziehung der Mitarbeiter, technische Sachen, Standardisierung, Investitionen, Pilotprojekte und ähnliches. Was aber, glaube ich, ein anderes Level hatte von der Qualität war, dass alle Teilnehmerunternehmen ihre ersten eigenen Erfahrungen gemacht hatten und wir jetzt darüber unterhalten haben, wie kommen wir von den kleinen Indeln des Gelingens, setzen das Große in die nächste Stufe der Skalierung. Das war neu, das war wichtig und ich glaube, das ist auch volkswirtschaftlich der nächste Schritt, eben aus den kleinen Erfolgserlebnissen, große Erfolgserlebnisse zu machen. Und dafür wünsche ich uns allen viel Glück. Was kommt als nächstes? Was wird uns in der nächsten Lernreise sehr stark beschäftigen? Zum einen sehen wir, dass die Gesamtprozessperspektive, sogenannte End-to-End-Prozesse, mehr und mehr in den Mittelpunkt des Interesses der Unternehmen rücken. Das heißt, wir versuchen übergreifend Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren, mit dem Ziel auch die sogenannten Customer-Touchpoints, also die Kundenkontaktstellen während der Kundenreise entsprechend zu digitalisieren und hier Kunden noch besser abzuholen und zu bedienen. Auf der anderen Seite in diesem Zusammenspiel sehen wir eben auch die Bedeutung von neuen Geschäftsmodellen, über die wir in der Vergangenheit sehr oft geredet haben. Aber solche Themen wie Equipment-as-a-Service, also eher nutzenorientierte Geschäftsmodelle, gewinnen massiv an Bedeutung und werden, denke ich, auch in der nächsten Lernreise eine noch größere Rolle spielen. Und das alles dann eben auf Basis von umfassenden Nachhaltigkeitskonzepten. Viele Unternehmen sind damit beschäftigt, die Klimaziele zu erreichen, ihre Produktion, ihre Lebenszyklen, Produktlebenszyklen klimaneutral zu stellen. Und hier wird die Digitalisierung ebenfalls einen großen Beitrag leisten und auch das wird uns voraussichtlich in der nächsten Lernreise intensiv beschäftigen.